Die Adventszeit steht vor der Tür. Eine schöne Zeit, eine Zeit für Familie, für Freunde, für Dankbarkeit. Es ist aber auch eine Zeit für Mitgefühl, für Mitgefühl für Menschen, denen es nicht so gut geht. Menschen, die Sorgen haben, gerade in dieser Zeit der Energiekrise und der Inflation. In unseren allgemeinen sozialen Beratungsstellen der Caritas treffen unsere Berater und Beraterinnen auf diese Menschen, die mit ihren Sorgen kommen, die große Sorgen haben, die nächste Zeit gut zu überstehen. Unsere Berater und Beraterinnen helfen dort mit konkreten Angeboten, mit Soforthilfe, aber auch mit Rat und Tat. Mitmenschsein bedeutet, dass wir nicht weggucken, dass wir helfen Menschen in Not. Deshalb lautet das Motto unserer diesjährigen Adventsengelsammlung Hinsehen, Helfen, Handeln, das machen wir gemeinsam. Unterstützen Sie die Arbeit unserer allgemeinen sozialen Beratung mit einer Spende. Wir würden uns sehr, sehr freuen und die Menschen in Not würden sich besonders freuen. Vielen Dank, seien Sie Adventsengel. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.